einen wunderschönen guten tag wir sind hier in zelle und campen quasi noch mal kurz vor der tour ja es geht bald auf tour und deshalb noch ein bisschen familienzeit vor den proben und ja ist frisch und wenig empfang deshalb melde ich mich auch nicht mehr so oft morgen dann kein live kochen weil das macht hier keinen sinn ja wenn die story hochgeladen ist dann ein zwanzigstum betanach macho mu es ist macho mit dem os bühnen fuße ist maja joh maja joh maja joh maja joh maja